Willkommen in Pine Grove. Willkommen in Pine Grove. Willkommen in Pine Grove. Wiederholt man das hier etwa alle zwölf Sekunden? Sie können jederzeit zu mir kommen, wenn Sie etwas brauchen. Ich bleib nicht länger als einen Monat. Kann ich Ihnen helfen? An diesem Tisch sitzt man nur auf Einladung. Ist das hier ernst? Ulla hat sie immer gesagt, ernst wie ein Herzinfarkt, aber dann ist Marjorie daran gestorben, also sagt sie es nicht mehr. Wir nennen sie die Queen Bies. Und B steht für Biest. Satzplatzreservierungsklicken. Wie Highschool-Oberzitten, aber mit medizinischen Alarmarmbändchen. Los geht's! Denkt daran, Schweiß ist nur fett, das nach Aufmerksamkeit schreit. Sieht gut aus, Ladies. Und nach links. Flaschen Sie mit mir. Ja! Ich würde gerne dem Bridge Club beitreten. Anscheinend braucht ihr jemand ein Hörgerät. Der Kader ist komplett. Okay, ich hab's schon gehört. Janet Point Dexter ist ein echtes Biest. Wir sind nicht in der Highschool. Es ist schlimmer. An der Highschool machen wir einen Abschluss. Hier sterben wir. Ach, kommen Sie. Werden Sie eine von uns. Wir sind die Coolen hier. Ich habe mich nie für cool gehalten. Sind Sie auch nicht. Aber mit uns schon. Rück die Tasche raus. Welche Tasche? Meine Tasche. Warum bewegst du deinen faltigen Arsch nicht wieder rein? Wir sind die Queen Bees. Wir lassen uns von niemandem was gefallen. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich neulich Abend aus dem Fenster sah. Sie sahen wunderschön aus. Einfach magisch. Hat der Spruch in der Vergangenheit schon mal funktioniert? Nicht unbedingt. Machen wir uns locker. Wir vier sind wie Schwestern. Ich bin einiges Tages. Bei den Rollstuhlrampen erzählt man sich, dass du und Dan ein Paar seid. Das ist löcherlich. Und wenn es mit Dan klappt, großartig. Und wenn nicht, hast du wenigstens einen schönen Ausritt gehabt. Und in dieser Metapher ist Dan das Pferd? Ja, das ist er. Oh, ich werde einen Helm brauchen. Wir müssen jeden Tag weiterleben. Willst du dich mit mir bekippen? Hab' ich nicht zum Nachts miteinander geschlafen? Oh Mann, nicht so ein Gesicht. Diese Art von Erfahrung steht nicht auf meiner Wunschliste. Wo soll ich dich mit mir достlluk? 1. 3. 4.